Volker, bleib bei mir. Das Telefon klingelt. Daniel lacht schon. Die Tochter ist am Telefon. Die Anna muss jetzt warten, der Volker muss jetzt Interview geben. Und wir werden ihn jetzt gleich mal auch im Bild sehen, während hier die Pferde auch noch mal versorgt werden, vor dem Waagegebäude und immer gut zu lesen. Gut für Köln und Bonn, die Sparkasse Köln-Bonn. Lieber Volker, was ist deine Hausbank? Ja. Was deine Hausbank ist? Meine Hausbank? Bin ich alleine. Das heißt, du packst jetzt das ganze Geld unter das Kopfkissen? Nicht unter dem Kopfkissen, ich habe unter dem Heu. Okay, sehr schön. Dann wissen wir jetzt auch, wo wir das nächste Mal nachschauen müssen. Volker, herzlichen Glückwunsch dir und deiner Tochter. Wirbelsturm, es läuft gerade so gut. Also Wirbelsturm kommt aus einer Pause und dann so eine Leistung. Ja, also wir haben schon gesehen, im Winter war er bei uns, dass er mit Alberto, die mitgelaufen ist. Ich denke, der gewinnt noch ein paar Rennen. Wir haben gesagt, fünf Rennen soll er nur gewinnen. Ihr sagt es den Pferden, bevor sie aus dem Stall gehen. Ja, vorher musst du das den Pferden sagen, sonst glauben sie ja nicht dran. Es gibt ein Meeting im Januar. Ihr setzt euch auf Stroh und Heuballen, wo drunter das Geld liegt. Und dann sagt ihr so, du gewinnst fünf, du gewinnst vier. Ja, danach gibt es ja auch das Futter drin. Ah, stark, sehr schön. Und wer dann nicht genug Siege schon vorhersagt, der hat halt Pech gehabt. Der hat natürlich Pech, der kriegt nicht so viel Futter wie die anderen. Wo geht es mit Wirbelsturm weiter? Ja, dann wollen wir jetzt mit ihm nach Hamburg. Schön, da haben wir das Meeting ab 30. Juni. Wie viele Starter habt ihr voraussichtlich in Hamburg? Ich denke, wenn alle gesund bleiben, 21, 22. Das wird lustig. Die Bahn ist bereit. Volker, danke schön. Und es ist schon wieder abgeläutet. Das heißt, wir warten ganz kurz auf Josef Beukow. Und wenn abgeläutet ist, dann hoffe ich doch einfach mal, dass wir schon den endgültigen Einlauf haben bei Marvin Schritte und vielleicht auch schon die Endquoten. Ansonsten genießen wir wirklich dieses traumhafte Wetter heute hier, Marvin. Es ist ja wirklich ein gigantischer Renntag. Es ist ja wirklich ein gigantischer Renntag.